What's up party people, willkommen zur UDT quasi zum ersten Video des UDTs Und zwar war jetzt letztens der Slowdraft zum UDT Season Nummer 4 Und ja, ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich da so für das Team gedraftet habe Und zwar, ihr seht das Team schon mal eingeblendet, ich werde mal kurz über jeden Pick rüber gehen Ähm, erwarte aber nicht zu viel von dem Video jetzt, ich nehme das hier gerade um Viertel nach vier morgens auf Weil mir aufgefallen, dass ich das noch machen sollte Weil, wenn ihr jetzt wisst, der, äh, das ist ja der 22.11., der Tag an dem das Video auch ankommt Ja Aber ich wollte es noch machen, damit es gemacht ist Quasi, ne ich wollte es auch unbedingt machen, damit ihr eben auch wisst, was ich mir so beim Team gedacht habe Und falls ich irgendwas mit tot aussehe, ihr wisst warum Also, schauen wir mal an Wir haben als erstes, äh, das war mein First Pick tatsächlich Haben wir hier Intellion in der G-Max im, äh, im G-Max Tier, logischerweise Und zwar, ich fand Intellion sehr geil So, von, also, ich fand am Anfang ein bisschen unscheinbar, bis ich dann eine Sache gemerkt habe Wo ich auch extra fragen musste, ob das geht Und zwar, äh, wir dürfen uns zwar vor den G-Max, äh, G-Maxes nicht boosten Aber so einen Energie-Fokus, den darf man schon mal machen Und wenn man dann so Intellion hat Der, dass dann mit Skopeland so einen Energie-Fokus auf jedem Move 100% Grid-Chance hat Und einem Step-Wasser-Move, Stärke 160, der auf jegliche Fähigkeiten umgeht Und kalkt es mal, das ist abartig Der macht wirklich, äh, der macht auf unfassbar, also, selbst solche Sachen wie Mantax oder so Kommen da jetzt nicht so safe rein Und Gastron ist halt ein One-Shot Der heißt, was man uns halt echt gut checken kann Also, der ist jetzt nicht bad Der ist jetzt nicht bad Ähm, ich darfst ja den ersten Ersage leider nicht spielen Also, den G-Max Ersage, den, die Dynadüse Aber den Ersage darf ich ja außerhalb der G-Max spielen Deswegen, das geht schon irgendwie klar Und selbst wenn da irgendwie, also, sagen wir mal so Ich glaube, der beste Switch in das Ding ist Kapaloras Das hat ab schon vieles aus Und, ähm Sag mal so, solange, äh, niemand Kapaloras hat Was, da brauche ich auch niemand aus der Season hat Ähm, haben wir da nicht so viel zu befürchtet mit Intellion Ja Der, ähm, wollte ich noch irgendwas zu dem sagen Auf jeden Fall, war mein First Pick Ich wollte ihn unbedingt haben Das war eins der, äh, eins von den zwei Monst Die ich vorletztlich unbedingt geplant hatte Dass ich die haben will Deswegen, ja, Intellion im G-Max Tier Und damit haben wir unsere G-Max schon mal Nummer zwei Gehe ich jetzt nach Raft reinfolge oder nach Tier reinfolge? Gehe nach Tier reinfolge, glaube ich Nummer zwei wäre dann Dragapult Und Dragapult habe ich tatsächlich in der elfen Runde gedraftet Minderzehnten, eins von beiden Auf jeden Fall war es einer der letzten Mons Und zwar Äh, wusste ich am Anfang noch nicht, was ich, ähm, äh, was ich im S draften will Beim Tier 1 hier Ähm, dann bist du okay Machst du so Ähm, du wartest einfach mal ein bisschen ab, was die anderen so draften Und Holst ja einfach einen Mon Äh, holst ihn einfach Später Zum Beispiel eben Dragapult Dragapult war dann auch relativ früh auf meiner Liste, aber Und man hat ja eh nicht bei den Mons mehr reingepasst Und dann dachte ich mir so, okay, mach ich erstmal alles andere voll Ah, hab ich kurz gemütet, alles gut Ähm, dann mach ich lieber erstmal alles andere voll Bevor mir da irgendwas weggesnipet wird und Dragapult mir eh nicht mehr gesnipet werden kann Ja, Dragapult sticht ja vor allem raus durch seinen unfassbaren Speed Der hat, ähm Wie viel Base hat der? 140? 142? Ich hab 142 Weil Zero hat 143 Ähm, auf jeden Fall Wir haben, soweit ich weiß, das schnellste Mann im kompletten Äh, in der kompletten Liga Im kompletten Overview haben wir das schnellste Mann im Team Mit dem guten Kalapultra Und ja, das find ich tatsächlich ganz geil, weil Entweder der ist immer schneller als alle Oder der Gegner muss halt den Scarf spielen Und Scarfer sind dann halt auch ein bisschen eingeschränkt Wobei man kann ja zwei Scarfer spielen, aber Ja Ähm Dragapult ist ja auch geil, weil der halt physisch und speziell gut kann Der hat physisch halt dann solche Sachen wie geilen Dragondarts Die ja 100er Gesamtstärke haben Und war halt zweimal hitten, so Und jetzt haben wir 50 Und dadurch kann man auch selten und sowas umgehen Ist ein ganz geiler Move Da hat man halt noch so, haben wir einen guten speziellen Movepool Mit den, äh, mit Flammenwurf und Thunderbolt Mit Shadow War, mit Draco Meteor Sowas wie Juton hat man auch noch Willow Wisp, T-Wave Man hat auch so Willow Hex-Sets spielen oder sowas Also der hat, der hat echt ein paar Tools, die echt Work machen können Übrigens, äh, weil ich es vergessen habe zu sagen Wir machen hier auch wieder mit Ultimate Overdrive mit Genauso wie in, äh, in der MPBL2 Das war ja eins der Logos, äh, weil ein Logo, was ich schon längere Zeit so im Kopf hatte Vom reinen, äh, vom reinen Design her Und, seitdem dann, äh, Kiba heiße Ja, äh, hab ich angefragt auf Twitter, ob man das mal machen kann Und, seitdem habe ich dieses wunderschöne Logo Ja, also Kann man sich schon gönnen, die Logos von der Sehr guten Logos Ähm, ja Wo war ich? Bei Dragapult, der hat unfassbar geilen Movepool Der ist schnell, der hat 120 Attack 100, äh, Special Attack Aber der ist echt sehr variabel In den Einsatzmöglichkeiten, auch die Dancen Theorisch, aber halt physisch nicht so den übelsten Movepool Der ist ja speziell schon ein bisschen besser So, also Next one Stacker to the Tucker Eins der beiden Mons Ja, neben GMAX Intellion, was ich unbedingt diese Season haben wollte Was erstens daran lade, dass ich den absolut liebe Der ist halt eine Mauer Aber, what the fuck, was ist der? Der besteht einfach aus Gefühlt einer Milliarde Stein, die einfach alle Augen haben What the fuck Der ist geil Ähm, ja Wiederhin wollte ich den unbedingt haben Und, ähm Das coole ist halt Der hat ja nicht nur, ähm Die Schwäche gegen HPs verloren, also Der kann ja nicht mehr durch irgendwelche random HP Grounds oder HP Fightings oder was umgepustet werden Der hat auch noch Body Press Ähm Heat Crash Und, ähm Ich meine High Horsepower zu bekommen Also jedenfalls ein paar geile Sachen dazu gekommen High Horsepower zum Beispiel geil gegen Sachen im Grasfeld oder sowas Äh Ball Press, der Junge hat 211 Death Base Das ist geil Und, äh Letzter Move eben Heat Crash, der wiegt 850 Kilo Da hat man öfters mal einen Mon, was man Mal mit, äh Mit so einem Heat Crash-Germbeck nuken würde Wo man da auch noch um wie Ich glaube Knappe 100 Attack Base hat, also Der ist echt geil Der ist echt richtig geil Die Jucken auch diese Dice und Speed Base nicht Ist halt langsamer als alles Aber der tankt halt auch alles Und Ich glaube, es wird weniger Monsti den tanken als Äh, als Monsti der tankt so gefühlt Jao Dann, next one Zumpex Ähm, wir haben jetzt schon einen Water-Type im Äh, im GMAX Aber ich wollte noch einen etwas Bulkiereren Water-Type Ich wollte mal Was mit Flip-Turn haben Weil neuer Move und so Lohnt sich Ähm Ich wollte einen Rocker haben Wir haben zwar ja Sakataka Aber ich will mit dem nicht unbedingt immer Rocks legen Weil Sakataka für mich eher offensivere Möglichkeiten hat Zu glänz Moment, er ist spät ist So, ähm So, ähm Der sollte eher ein bisschen die Defensivere Rocker-Qualitäten Und sowas machen Der hat nur eine Weakness Was Äh Pflanze ist Und die sind im Team eigentlich Richtig gut abgedeckt Ähm So, äh Ich mag Sunpick sehr gerne in Draft fliegen Der ist Bisher eigentlich immer Recht solide gewesen Wenn ich den hatte Deswegen habe ich mir gedacht Nimmst mal wieder ein altes Staple mit Was du noch Was du schon in den Spanien gespielt hast Mal Ich will immer so ein bisschen Eine Mischung haben Mit meinen Teams aus Monsters Die ich schon mal gespielt habe Und Monsters die ich noch nie gespielt habe Letzte Season Dann ich hatte Ja, zur Spiri Horn Joa Ich hatte Bronzong Was hatte ich noch Letzte Season Kannst du mir den Karo nochmal von letzter Season angucken Okay, Ripe, das ich ja schon mal davor hatte Ich hatte Ähm Ja, das war das Einzige Ja, das war das Einzige Mal letztes Mal Ich schon mal davor hatte Weil ich auch unfassbar viel Gen-8-Shit gedrift Aber letztes Mal Ich ja wieder Auf jeden Fall Ja, bisschen Ein bisschen altbewähr Das muss ja immer sein So 1,3, 3 Mons Mindestens Vielleicht auch mehr Das ist dann eigentlich schon Das habe ich irgendwie Ich gerne Weil Es bringt einem Noch so ein bisschen Die Möglichkeit Dann vielleicht schon mal Mit dem Mon Gute Spieler Und da ich halt auch schon weiß Was der so kann Ja So ein Packs Ist geil Ich glaube Da muss ich nicht Aufford zu sagen Der ist einfach geil Trotzdem ist Ob das Mon Über die ich halt schon Am meisten geredet habe Nice Next one Lavardos Lavardos ist auch ein Mon Was ich schon mal hatte In einer Offline In einer Quasi Privaten Draft Liga Der Da ziemlich Geile Work gemacht hat Vor allem Gegen Guten Karma Groß geht raus Mein SML Brudi Hier Wo er Wo ich Ein bisschen Agility Sweepen Mit meinem Lavardos angerichtet habe War schon geil Der Junge Der ist halt Auf dem Offensive Purpose Ist halt nice 125 Spezi Tag Haralds wird es ja auch Richtig gute Defensivwerte Der hat Ähm Ja Sein 90 Speed Die reichen dem Sonst halt Defensivstats 90 90 85 Ist was halt Komplett solide ist Also der tankt auch Von vielen Mons mal was Hat dann eben Äh Auch noch Einen geilen Move Hat Fireblast Hat Hurricane Was schon mal Sehr viel Abdeckt Hat Hat noch sowas wie Ähm Scorching Gut work machen kann Gut work machen kann Vor allem weil ich den Also Labrador haben wir auch Drittens Einfach der ist ja richtig gut Gegen so Sachen wie Medicham Oder Äh Stopper in der Mega Weil das dann immer Was ist Was man da mal Was man da mal Reinswitchen kann Ach sorry Sie hätten nicht mal so müde war In der Aufnahme Aber wie gesagt Ich würde das Video eigentlich noch Fertig haben Habe es aber in der Woche Irgendwie nicht geschafft Das zu machen Jetzt hatte ich heute Zwei Aufnahmen Den ersten UIT Kampf Und äh Und äh SML habe ich auch noch Aufgenommen Vor allem mit Adrian Gegen den Platz Aktuellen Platz 2 Der Labelle Ja Ist ein spannendes Match geworden Auf jeden Fall So Ähm Rotom Nehmen wir erstmal noch Rotom Der ist auch einfach cool Ich hätte ihn auch schon mal Der ist einfach cool Der ist Bulkyer Als er aussieht Definitiv Hat auch Jedliche Arten von Support Die man von einem Ghost Oder einem Electric Tab erwartet Hat auch trotzdem noch Mit Electric Ghost Ne ordentliche Coverage Die durch den Dark Souls Auch ein bisschen Angehoben wird Der kann auch Defog Und sowas Der ist einfach cool Also Vielleicht muss ich nicht mehr Ab hier zu sagen Der hat nächste Zielt auch noch dazu bekommen Das macht ihn halt noch geiler Weil der auch mal Durch noch ein bisschen Unberechenbarer wird Ob er denn jetzt Offensiv oder Defensiv spielt Aber das sind halt auch Einfach Monster In die der einfach gut reinkommt Mit dem Typing Das ist ein bisschen wie bei Grandiras Grandiras hat ja auch dieses Symptom Dass der irgendwie Manche Monster checkt Die irgendwie sonst nichts checkt Weil er einfach dieses Typing hat Das hat Rotom halt auch Und die Schwebe hat ja auch Keine Keine Electric weakness Das heißt Der hat einfach nur diese Der hat halt quasi Keinen Drawback Durch den Electric Types Sondern eigentlich nur Vorteile Dass er halt eben In Flyings Oder in Steals reinkommt Und wie gesagt Das macht ihn einfach Unfassbar geil So Ähm Ja Also Rotom bin ich Sehr großer Fan von Der kann auch mal so Ein bisschen Trickshit Und sowas machen Ja Da im Tier 5 Vizcago Ich hab ja irgendwie Jedes Season so Also irgendwie Jeder Draftliga Einmal so ein Mon Was irgendwie so Ein bisschen random aussieht Was irgendwie Aussehen als Würde es Irgendwie nicht reinpassen Oder so Und was aussieht als Hätte ich irgendwie Einen Trip gehabt im Draft Ich glaube das ist Diese Season Aber Vizcago Was war denn das Letzte Season So Das Season war Wie Balectro Oder Driftblim Oder so Wenn ich mir die letzten Seasons angucke Wenn ich mir die letzten Draftling angucke Die ich gespielt hab In PWA war das halt Giga Dax Und dann später Ähm Dinger Wer ist da Ähm Gratiten Die Legende Hier hat ich einfach Gagaboh In der Draftliga Auch gut Hier hat ich einfach Schillock Also Ja Das sind die guten Manns Die sehr guten Manns Ähm Jo Vizcago Ich schau Ein bisschen auf Mein zweiter Bildschirm Nebenbei Ähm Jo Der hat halt Erstens Steps Zip Wobei Durch der halt Zum Ultimative Konter Für ein paar Mons wird Ich will es noch Nicht groß Offenbaren Für welche Mons Aber Der macht Ein paar Mons Echt platt So Wo er Defensiv Reinkommen Und das ging Ja schon Mons Und ich so Scheiße Mach ich nix Fertig Fertig Aus Vorbei An dem Komm ich Nicht Vorbei Ähm Der ist halt Speziell Und Physisch Defensiv Echt ordentlich Speziell Nur mal Ein bisschen Mit der 113 Spitz Da ist noch Ebolit Drauf Der ist Ich will es Den auch Bulkiger Als Zogertig Einfach Physisch Halten Eben Nicht so Den Massivsten Bulk Aber Immer noch Bulk Den Man Mitnehmen Kann Hat Drei Geile Fähigkeiten Selbst Hydration Und Gooey Einmal Hydration Wo ich Ein Rest Set Spielen Könnte Im Regen Gegen Diverse Mons Die Gern Mal Böllern Und Von Sego So Also, Ambrian, der soll ein bisschen den Glue hier machen im Team, der soll ein bisschen alles zusammenhalten, also wie Selve. Eben so ein bisschen diese Pivots, die ein bisschen, also allgemein, ich finde es sehr cool, dass ich in meinem Team so viel Switch-Vantage habe, wenn ich mir das Team angucke. Ich habe U-Turn auf Dragapult, U-Turn auf Inteleon, Flip-Turn auf Zubbex, U-Turn auf Lavados, U-Turn auf Selve, V-Switch auf Rotom. Betten-Pass auf Natara, U-Turn und Parting-Shot auf Armigento und ich glaube, Fuggy vergangen auch auf Betten-Pass. Das sind neun Mons mit Switch-Advantage. Die einzigen Mons, die keine Switch-Advantage hier haben, sind Verizion, Vizcargo und Sakataka. Aber ich sehe jetzt auch nicht unbedingt so aus, hätten sie Switch-Advantage, aber lassen wir es. Auf jeden Fall, Natara, noch so ein bisschen zum Team zusammenhalten, ja, fand ich irgendwie ganz geil. Vor allem habe ich noch einen Dark-Type gebraucht und der macht den Job ja sehr gut als defensiven Dark-Type. Jo. Next one ist Armigento. Und für die, die es nicht wissen, das Coole bei Armigento ist, ich darf jeden Typ spielen. Ich darf jedes Item auf dem Spiel, was ich will. Deswegen ist er auch so hoch gerankt bei uns, der ist ja bei uns im Tier 2. Also im gleichen Tier, wie hier zum Spiel auch Sakataka ist. Ich darf Armigento mit allem spielen, was ich will. Ich darf jede Disc spielen, ich darf jedes andere Item spielen, ich darf jedes andere Spiel, ich darf dann auch mal Tierska. Also ich muss nicht mal unbedingt Disc spielen, ich muss mal was anderes spielen. Das ist halt echt cool bei dem so. Heißt, ich bin, hab quasi nur mal von jedem Typen, den ich im Team haben könnte, noch mal einen zusätzlichen. Ich habe mal einen zusätzlichen War-Type, zusätzlichen Dark-Type, zusätzlichen Dragon-Type, zusätzlichen Fire-Type, whatever. Je nachdem, was ich noch irgendwie brauche, um mich in das Team abzudecken, kann ich Armigento für benutzen. Wodurch die halt auch noch mal so zum Teil zu diesem Glue wird, den das Team ganz gut brauchen kann. Weil mein Team tatsächlich, habe ich so das Gefühl, relativ offensiv geworden ist. Für meine Verhältnisse. Also ich spiele am liebsten eigentlich so Biky-Offense oder halt Mixed-Offense. Ich habe immer so am liebsten meine paar Offensiven. Also ich habe mal mit meiner letzten Saison aus, äh, von letzter Saison ausgehen. Wo ich meine Open-Karte hatte, das ist ja relativ gut zu meinem Playstyle gepasst, auch wenn ich am Ende das nicht so gut umgesetzt bekommen habe. Ähm, ich habe so ein bisschen diese offensiveren Monst, so Trikephalo, äh, Gautrom, Belectro, Galoppa, Barakifa. Und halt auch so diese Bulky-Mons, so Weezing, Rhyperion, Monte Carbo, Lapras, die auch alle halt gut reinkommen können. Oder Kostose, die ich am Ende nur einmal dabei hatte, aber ich hatte ihn dabei. Ähm, ja so ein bisschen, ein bisschen halt ausgewogen. Ich will zwar Speed haben, in meinem Team so speziell Dragapult oder Inteleon. Aber auch ein bisschen was haben, was auch Genersche so schnell bei uns abfangen kann. Ja, ähm. Und neben Amigento, der hat ja auch nicht nur das, der halt offensiv ist oder defensiv ist, äh, defensiv geil ist. Der hat ja auch seine Support-Moves mit Partyshop, mit Tailwind, mit, äh, Defog kann der ja auch. Der kann, soweit ich weiß, auch taunten. Der kann sich selbst auch mal setuppen. Der kann Partys-Team auch so ein bisschen supporten. Und deswegen fand ich eigentlich ganz cool so. Der kam auch erst ein bisschen später rein ins Team. Ich hab, ich hab, ich hab ja auch daran, äh, ich hab hier, äh, nach Tare, glaub ich, in Runde 5 gedroffelt. Und Amigento kam irgendwie, glaub ich, drei Runden später oder so. Also, äh, der kam schon deutlich später, weil den irgendwie niemand wollte anscheinend. Und ich fand ihn, wie gesagt, ganz cool, deswegen hab ich ihn mal genommen. Nächste Runde ist Viridium. Ich hab auch einen Grass-Type und einen Fighting-Type gebaut, zu dem hat er eigentlich perfekt reingepasst. Vor allem passt er auch vom Speeds hier sehr gut rein. Weil er genau diese Mitte quasi schließt zwischen Lavados und, ähm, Interleon. Die ich eben noch geschlossen haben wollte. Ich glaub sogar Rotom und, äh, Interleon. Passt da eher. Ähm. Weißt du noch, was das ist? Äh, ne, Rotom. Interleon und Silvelli, logischerweise. Ähm, er schließt die glaub ich nicht ganz, wenn ich mich richtig im Kopf hab. Aber, es sind glaub irgendwie so zwei Punkte oder sowas maximal. Ich überleg gerade. Ne, doch, der schließt die. Das sind 315. Ja, 315 auf Element mit Viridian, ja. Der schließt die Speed Gap perfekt. Zwischen Silvelli und, äh, uns, Interleon. Deswegen, hat er auch ganz gut reingepasst. Der war quasi so perfekt von den Anforderungen her, die ich noch im Team haben wollte. Ursprich, für mich Kobalium haben. Der war ja im Tier 2. Den mir dann Drake aber direkt vor mir weggepickt hat. Und wahrscheinlich, vielleicht war es sogar besser fürs Team. Weil ich mir dann so eine Amigento geholt hab. Ja. Und, letztes Mon dann im Tier. Äh, dann, äh, der 2 Tier 5 Pick quasi. Ähm, ist Flunkiefer. Erstens, ich wollte auch eine Fairy haben. Auch wenn ich mit Silvelli falle, ich will hier schon eine Hab, aber ich will hier nicht mal als Fairy spielen. Unbedingt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Zweitens, ähm, Bedroher ist geil. Ich hab nochmal Rocks. Ich hab, äh, einen Mon, was ich immer gut in irgendwelche physischen Integger reinwerfen kann. Weil der einfach das beste defensive Typing hat, was man haben kann. Steel Fairy ist Legend das beste Typing, was man defensiv haben kann. Heißt, der ist da auch nochmal ganz gut gewappnet. Weil er auch potenziell SML ganz cool. Auch wenn, das heißt, die Threads sind hier nochmal ein bisschen größer. Hat er auch einen ganz coolen Movepool. Der hat auch sowas wie Knock-Off, was der auch mal ein bisschen supportive macht und so. Ja. Ja, das hat sich doch eine halbe Stunde Video geworden. Fast. Ähm, sorry, dass es diesmal ein bisschen andere Art von Teamgestellvorstellung ist. Aber ich wollte euch eigentlich ja nur kurz das Team vorstellen, wenn ich es gemacht habe. Also irgendwie so Video als Mittel zum Zweck, sorry dafür. Aber mir hat es diese Wochezeitig einfach nicht reingepasst. Und, ja. Auf jeden Fall trotzdem noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Wenn ihr das auch an dem Sonntag guckt, den ich, äh, der ja an dem das Video rauskommt. Und ich lege mich jetzt mal hin um Viertel vor fünf. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.